Das ist jetzt ein bisschen süßbarer, die haben wir mal, was das dann macht. Und dann kriege ich mal die Pizza und dann die Pizza, kann man dann abholen. Hier gibt es dann die Sülze. Hier haben wir dann auch Pizza, was man so macht. Hier wird das einfach noch ein bisschen was Süßes.